2019 die Macht der sozialen Medien. Litigation bedeutet Strafverfahren, Schadenersatzprozess. PR ist die Kommunikation, die einen solchen Prozess begleitet. Im Zeitalter von Twitter, Facebook, Instagram, Bankenskandale, Umweltskandale versuchen sie über die Litigation PR ihre Positionen zu besetzen und den Fake News entgegenzutreten. Mit der Litigation PR wollen sie nicht nur den Richter überzeugen, sie wollen die Öffentlichkeit erreichen. Die Litigation PR als eigenständige Disziplin kommt aus der angelsächsischen Welt, wo es sich schon lange durchgesetzt hat, dass, wenn man Recht haben möchte, dies auch kommunizieren muss in der Öffentlichkeit. Es gibt im deutschsprachigen Raum keine Hochschule, die sich mit der Litigation PR befasst. Die Vorreiterrolle hier spielt die ZHW in Winterthur. difficile in der Straße auf den bisschen militärisch. Vielen Dank.